Hast du dich schon mal schlapp und energielos gefühlt? Konntest dich nicht richtig konzentrieren und außerdem hast du mit Heißhunger zu kämpfen? Und du hast auch schon so oft probiert abzunehmen und egal was du tust, nichts funktioniert? Dann lass dir heute sagen, die Hoffnung ist definitiv nicht verloren. Hm, du fragst dich jetzt womit genau? Ich verrate es dir, ganz einfach, RBHP-Ketone. Und warum das Ganze? Ganz einfacher Grund, sie helfen dir vor allem dabei, mehr Energie zu bekommen. Vor allem deine Konzentration zu steigern und ich kann dir sagen, das funktioniert sehr gut. Ich bin nämlich Zwilling und habe echt da meine Probleme. Außerdem reduzieren sie den Heißhunger, denn sie stabilisieren deinen Blutzuckerspiegel und somit übrigens auch deinen Insulinspiegel. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum sie dabei helfen, deine Tiefschlafphase zu verlängern. Und wir wissen, dort findet nicht nur die Regeneration statt, sondern vor allem auch die Fettverbrennung. Das sind also alles Bausteine, die dir dabei helfen können, definitiv ein bisschen schneller und einfacher abzunehmen. Was für dich aber nicht heißt, dass nur Ketone trinken ausreicht. Hier geht es um ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, wie das Thema Ernährung, Schlaf, Stress, Bewegung und Ketone. Seit eineinhalb Jahren helfe ich jetzt bereits schon Menschen dabei, eben erfolgreich abzunehmen, und zwar in Verbindung mit den RBHP-Ketonen. Und wenn du da noch ein bisschen Infos brauchst, schreibst du jetzt am besten Abnehmen in die Kommentare oder noch besser, der schnellste Weg, du schickst über den Link zu meinem Profil direkt eine WhatsApp-Nachricht durch. Wir unterhalten uns und schauen, ob wir eine Lösung für dich haben. Wir unterhalten uns und schauen, ob wir eine Lösung für dich haben.